Willkommen zum nächsten Talk, der heisst KSD, drei Buchstaben, hat gar nichts mit Kommunismus zu tun oder mit sonst irgendetwas, sondern mit etwas ganz anderes. Bei mir ist die Alexandra Büchel. Vielleicht könnt ihr euch da einen Schröder erinnern, einen ehemaligen. Der Bundespräsident von Deutschland hat auch mal gesagt, Pasta-Politik. Und ich in der Schule, ich bin jetzt 65, man sieht mir das wahrscheinlich nicht an, habe immer gedacht, Pasta-Pädagogik. In der Berufsschule, da war irgendwie alles in Ordnung. Wir haben gesagt, der Regen geht rauf, es ist rauf gegangen, wir haben etwas gesagt, haben die Schüler alles gemacht, Probleme gab es keine, bis eben vor 13 Jahren. Und dann hat man festgestellt, es gibt, glaube ich, gewisse Probleme, auch in den Berufsschulen. Und dann ist eben der KSD gekommen mit der Alexandra Büchel. Also zuerst möchte ich mal die Frage, was heisst denn KSD? Hat etwas mit Kirchlich zu tun? Wahrscheinlich damals nicht begriffen. Jetzt haben wir auf einmal irgendwie, du kommst schon aus dem Land vom Bischof Haas, auf einmal haben wir den Bischof Markus da quasi im Haus, oder? Ja, was hat das mit Kirchlich zu tun? Ja, also der Kirchlich Sozialdienst ist ursprünglich ein Projekt von der evangelischen Kirche. Die hat das initiiert vor rund 30 Jahren, zusammen mit der katholischen Landeskirche. Hat das ein Projekt gegeben und dann hat man das Kirchlichen Sozialdienst genannt. Im Jahr 2004 ist dann der Kanton eingestiegen und der Name hat man aber beibehalten, weil sich das Projekt bis dato so bewährt hat. Heute ist es so, dass die Trägerschaft sich zusammenstellt aus dem Kanton und den zwei Landeskirchen. Also es ist konfessionell neutral. Ja, genau. Jetzt haben wir aber doch auch viele Moslems dort, also Kurden, Afghanen oder, gut, es ist nur Nationen, aber auch verschiedene Religionen. Können die dann alle gleich kommen? Ja, also der Sozialdienst an der Berufsfachschule ist offen für alle, das ist unabhängig von der Nationalität, vom Geschlecht, von der Herkunft. Das macht auch nicht, dass man bunden sein muss, wohnhaft in Grabs oder Buchs oder in der Umgebung. Das ist einfach das Einzugsgebiet. Die Schwellern, die bei uns im Haus sind, die dürfen den Dienst nutzen. Genau. Ja, also wir haben natürlich wirklich eine Freude, gell? Es ist einfach mal so eine positive Erscheinung, in der Schule reinkommen und wir haben gedacht, also ganz ehrlich gesagt, zuerst bin ich gar nicht raus, was das soll ich, oder? Okay, okay. Du bist eine Sozialarbeiterin, gell? Ja, genau. Also ursprünglich bin ich eine soziokulturelle Animatorin. Oh, 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 oh. Ja. Als Animatorin, da läuft etwas, ja? Genau, ja. Ich bin aus der Jugendarbeit in diese Beratungsfunktion gerutscht und habe dann der Schulsozialienst aufgestellt, zusammen mit den Leuten, die damals vor Ort waren. Also man hätte dann auch noch nicht genau gewusst, wie soll die Schulsozialarbeit genau ausschauen, an der Berufsschule. Das war ja noch relativ auch damals überhaupt ein neues Berufsfeld, Schulsozialarbeit. Völlig neu, gell? Ja, gut, ja. Und dann haben wir da auch angefangen, die Konzepte, wobei, sagen wir mal, das Konzept, wie man es damals gehabt hat, also das bestehen schon seit 30 Jahren. An dem hat man wenig gearbeitet, an dem Konzept. Ja, ja. Da waren damals sehr innovative Leute dran. Und du kommst ja von Leichtenstein, gell? Leichtenstein ist da eine Vorreiterrolle gespielt, auf dem Bereich. Man hat eher mal etwas für die Jugend gemacht, damit eine Jugendtreff, das war im Werdenberg nicht so bekannt. Ja, genau. Im Leichtenstein gibt es in jeder Gemeinde einen Jugendtreff, es gibt in jeder Gemeinde Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern. Man hat auch dort schon sehr früh Schulsozialarbeit initiiert. Da ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen Vorreiterrolle, aber es waren natürlich auch sehr viel mehr Geldräume. Aha. Ja, das gehört natürlich. Und du bist in der Schweiz und hast ja weniger verdient. Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ja, bin ich in die Schweiz gekommen und habe hier an dieser Berufsfachschule, der Sozialdienststag, angefangen aufzubauen. Kannst du dich nicht erinnern, den ersten Tag? Ja. Echt? Ja, da hat man natürlich sehr viel Vorbehalt gehabt, auch gegenüber dem Kirchlichen, weil alle haben das Gefühl gehabt, wer kommt jetzt da und was tut die jetzt da? Muss die denn da beten? Da hat man schon, vor allem die Lehrpersonen, sehr viele Fragen zu sagen gehabt. Aber der damalige Rektor, der Ueli Tinner, hat das super gemacht. Er hat mich im ganzen Schulhaus herumgeführt. Er hat mich allen Lehrpersonen persönlich vorgestellt. Er hat mir zu jeder Lehrperson eine Geschichte erzählt. Also, dass ich sehr schnell auch in diesem Haus gewesen bin, sehr schnell auch gewusst habe, mit wem das ich da zu tun habe. Und das hat sich sehr bewährt. Also, ich glaube, es ist gestanden und gefallen mit dieser Einführung. Und du bist sehr schnell auch akzeptiert gewesen, oder? Ja, das ist sehr, also, von der Person her ist das sehr schnell gegangen. Und von der Funktion her hat es natürlich ein bisschen mehr gebraucht, denn, weil es auch immer wieder so Schnittstellen gibt, was gehört jetzt zur Lehrperson, was ist eher meine Funktion oder Tätigkeit. Das hat dann natürlich schon ein bisschen Zeit gebraucht, um das auch auseinanderzusetzen, die Schnittstellen genau oder die Notstellen genau anzuschauen, was macht jetzt der Lehrer oder die Lehrerin und was gehört dann eher in meinem Bereich. Und wo ergänzen wir dann auch, oder wo haben wir miteinander zu tun? Jetzt müssen wir vielleicht einmal ganz von Anfang an. Also, du bist im Lichthof hinein, wenn man hineinkommt, hinten links, dann ist das Büro entweder besetzt oder es ist einfach offen, oder? Genau. Manchmal lässt du dir so ein Spätchen offen. Und jetzt, wie läuft das denn dort? Also, kann einfach jeder kommen? Ja. Zu jeder Zeit? Also, wir sind anwesend, und wenn ich mir sage, dann habe ich meistens eine Praktikantin oder einen Praktikant, der vor Ort ist, zusammen mit mir. Oh, dann müssen wir sagen. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, dort hinten sitzt eine Praktikantin. Sie hat nicht ein Willensbild, aber ich kann ja nur sagen, es würde sich lohnen, schon nur, den Diensthof zu suchen, zur Praktikantin zu kennenlernen. Und sie hat ja immer wieder neue Praktikantin, gell? Also, Mann, ist ja kein Kahn. Mal, 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 es waren auch schon drei, vier Männer. Oh, das habe ich nicht gesehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Und dann ist der Spältchen offen, denkst du? Und dann ist der Spältchen offen, und das signalisiert, dass die Tür grundsätzlich offen ist, und dass wir Zeit haben, und dass man einfach kommen kann. Also, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dem Schulsozialdienst, dass die Niederschwelligkeit sehr tief gehalten wird. Dass Zugänglichkeit für die Lernenden wirklich da ist, und dass man nicht mal ein Anmeldeprozedere machen muss, wenn man Sorge hat, sondern es klingt jetzt, und es ist jetzt schwierig, und ich muss jetzt jemanden haben, zum Ansprechen. Und ich glaube, das schlägt kein Geissen weg, das hat sich schnell eingebürgert, das ist wirklich eine Notwendigkeit. Es ist nicht so, wie wir zum Teil der Brüscher als Lehrer denken, wir haben das alles im Griff und machen es selber, es gibt keine Probleme, sondern es gibt wirklich einen Notfall, wo es wirklich wichtig ist. Ja, ja, das ist so. Das ist natürlich schwierig, aber kannst du so Beispiele erzählen, weißt, ohne Nehmen und so? Also, da gibt es ganz viele Beispiele, dass Jugendliche sehr verzweifelt sind an ihrer momentanen Situation im Lehrbetrieb, dass sie massiv unter Druck sind, leistungsmässig in der Schule, was dann auch sehr schnell heisst, Druck im Lehrbetrieb oder zu Hause, Eltern, die überfordert sind in der Situation, dass ihr Kind wahrscheinlich die Lehrstelle verliert und, und, und. Also, da kumulieren sich dann natürlich auch Schwierigkeiten. Und was machst du denn? Also, wenn es konkrete Schwierigkeiten gibt im Lehrbetrieb, was machst du denn? In der ersten Linie ist es so, dass wir ganz schnell probieren zu schauen, wo ist überhaupt das Problem verortet? Da gibt es ja meistens die, wie gesagt, das ist ja nicht nur eins, es gibt ja die verschiedenen. Wo ist es jetzt am Dringlichsten? Mit was für Leuten muss man in Kontakt kommen? Wer muss jetzt was machen, damit man vielleicht eine Beruhigung kann einbringen in diese Sache? Und was muss dann weiter Unterstützung passieren, dass sich die Sachlage wirklich auch beruhigt? Also, rüttest du dann zum Beispiel auch einen Lehrmeister an, allenfalls einen Beistand, Form und Älteren? Ja, wenn das der oder die Jugendliche will und wenn sich das als konkret wichtig und richtig zeigt, ja, dann rüttet man natürlich, nehmen wir Kontakt auf, es gibt auch einen runden Tisch oder so Helferinnenkonferenzen, wo dann ganz viele Leute am Tisch sitzen und schauen, was ist jetzt da zu tun. Das ist übrigens etwas, das sich sehr verändert hat in den letzten Jahren. Am Anfang ist das noch eher im Zweiergespräch passiert, dass jemand gekommen ist und seine Sorgen mitteilt hat. Mittlerweile ist es so, wenn jemand kommt, merke ich, da ist schon ein Austaffer, Leute, die rundherum sind und wenn alle involviert sind oder müssen ja auch alle involviert sind. Es kann dann sein, dass an so einer Helferinnenkonferenz bis zu zwölf Personen anwesend sind. Und du sitzt dann, also da, auf dieser Seite? Ja. Du bist dann dort der Chef, du musst dann das Führerleiter. Nein, also ich bin nicht der Chef. Der Chef ist grundsätzlich der Abteilungsleiter oder der Schulleiter. Aber die Verantwortung gibt es, wenn du das zusammenbringst, hast du dann natürlich. Ja. Da gibt es jemanden, der auch schlaflose Nächte. Da gibt es manchmal, schlaflose Nächte jetzt nicht gerade, aber viel zu tun. Und wenig zu Mittag. Ja. Ja, nein, sie können doch sehr oft, ist doch schon so. Ja, wir sind grundsätzlich immer vom Morgen bis zum Abend dort. Und manchmal gibt es halt auch Termine, wo nach den Schulstunden sind, gerade so Gespräche mit Eltern, weil Eltern oft arbeitstätig sind, sind dann halt nach der Schule und, und, und. Man muss schon gewisse Flexibilität mitbringen, ja. Das ist so. Weisst du, noch vor deiner Zeit ist mal ein Schüler gekommen und dann habe ich gefunden, also hallo Velo, ist er immer rausgegangen, er ist wieder rausgegangen, er ist wieder rausgegangen, und dann ist er irgendwann gekommen, er ist übrigens in Lichtersteiner Unterländer, das ist schon lange, lange her, hat er gesagt, er müsse unbedingt, er müsse unbedingt weg, er müsse unbedingt weg, er sagt, da kannst du das nicht weg, das ist ja die Schule, oder? Damals hat man gesagt, wenn Schule ist, ist Schule und fertig und alles. Dann hätten wir offenbar den Ersten Stift. Seine Freundin ist schwanger und sie will sich jetzt umbringen. Ja, also, dort hätte sie so etwas brauchen können. Da könnte jetzt zum Beispiel der zu dir schicken, oder? Sofort als Lehrer. Ja, also, schicken ist immer so eine Frage. Wir sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass die Freiwilligkeit hoch ist, dass die Jugendlichen auch wirklich finden, jetzt brauche ich jemanden, den man auch wirklich Unterstützung bietet, das soll nicht ein Zwang sein, aber ich glaube schon, dass es eine Entlastung ist, als Lehrperson zu wissen, da hat es jemanden, wenn ich in so eine Situation gerate, kann ich jemanden beizühen. Das hat er eben will. Hat er Unterstützung will, hat er auch gefragt, kann mir jemanden helfen und so. Ja, natürlich. Ihr habt natürlich eine andere Klasse noch am Hut können, ihr könnt nicht helfen, ihr könnt nur gleich können, dort her schicken, nicht gewusst, wie kommt es das aus, wenn man dort herfährt. Ja, es ist dann so einigermassen gut ausschauen, ich muss sagen, einigermassen ganz gut nicht, aber eben, das wäre etwas, was ich als Lehrer kann sagen, wenn du diese Möglichkeit hättest, oder? Das ist natürlich der Ursprung von diesem Arbeitsfeld oder dem Tätigkeitsfeld, da drin ist, dass man gesehen hat, hauptzellige Lehrpersonen sind massiv auch belastet mit Situationen, die Kinder und Jugendliche von Hause in die Schule mitbringen. Hat sich das verändert, weißt du, in diesen 13 Jahren? Völlig verändert. Ja, das hat sich schon verändert. Auch die starken Männer und die, ja, schon älteren Girls haben auch gewisse Probleme, wo sie sich jetzt auch trauen, um zu kommen. Ja. Das hast du auch mit Depressionen zu tun, wo du dann vielleicht auch notfallmässig etwas anbieten kannst, was vielleicht noch niemand gemerkt hat vorher. Entweder, wo noch niemand gemerkt hat, oder wo schon länger ein Thema ist, und dann halt immer wieder punktuell aufscheint. Und ja, da gibt es immer mehr Jugendliche, die schon mit Diagnosen an Berufsschule kommen, die schon während der Oberstufezeit Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben. Mhm, das habe ich ja festgestellt, ja. Und das natürlich dann nicht, wenn sie die Lehre anfangen, einfach ist es vorbei und alles ist gut, sondern dann muss man dann schauen, ja, was macht man jetzt während einem Arbeitsprozess, wenn halt jemand erkrankt, oder wenn es dann eine Episode gibt, wie geht man mit ihm um, und wer macht was, und wie kann man möglichst unterstützt, ja. Und zum Teil auch verheimlichen, wenn man Lehrer vielleicht etwas sagt, wenn sie zu euch noch mehr sagen können, und dann dank dem mehr auch ein Lösungsprozess kann gestritten werden, oder? Ja, ich glaube, es geht weniger um verheimliche, es geht auch ganz fest darum, dass die Jugendlichen in Angst sind, dass gewissene Stempel aufgedrückt würden, oder dass gewissene Stereotypen entstehen, wenn man sagt, ich habe das oder ich habe jenes, da geht es nicht immer nur um verheimliche, sondern auch wirklich, oft ist es auch sehr mit Scham bedeckt. Ja, ja, klar, natürlich. Wem sagt man jetzt so etwas, und was passiert denn, wenn ich das jetzt so offen sage? Also da, ja, schwierig, es sind schwierige Situationen, aber ja, wichtig ist, dass man es offen ansprechen kann, und dann schauen kann, was kann man jetzt beitragen, damit gute Lösungen für die Personen, dann tatsächlich auch eingeläutet werden könnten. Scham auch bei den, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn sie jetzt immer noch ein wenig auf das Tablet-Abo schauen, auf das hier, so, da, da ist der Ton drauf, und vorhin hat es da einen Wackelkontakt drauf, es hat immer gesäuselt, wir haben schon gemeint, wir müssen es verschieben, es ist gekommen, hat mir gesagt, es ist ein Wackelkontakt, das tut jetzt, also insofern behebt sie auch so Sachen noch, und das in einem guten Ton ist ganz cool geblieben. Scham natürlich, oder ihr wisstet, Lehrer haben dann viele Ferien, aber ich kann einfach eines sagen, die Umstellerei, Schulferien, das ist jetzt mal gar nicht so einfach, und wenn dann die Schulzeit irgendwann mal schwierig wird für eine Lehrkraft, dann wisst ihr ja, dann gibt es eben auch Probleme, also vielleicht können eben auch Lehrer Probleme bekommen, man kennt es ja, ein paar Lehrer haben zum Beispiel Burnout müssen eine psychiatrische Hilfsäger annehmen, über das haben wir ja schon mehr berichtet, wenn ich jetzt so ein Problem habe und Niederschwellung so etwas machen möchte und denke, ich mag jetzt nicht zum Thomas Mayer auf die Pfeffers oder sonst irgendjemand her, nichts gegen den Thomas Mayer, ist ein super Scheißverarzt und so weiter, gell? Könnte ich zu dir jetzt auch kommen? Ja, im Erstgespräch ist das sicher auch nicht die Anlaufstelle für Lehrpersonen, weil man merkt auch, da ist etwas nicht gut, und wahrscheinlich brauche auch eine Unterstützung in der einen oder anderen Frage und da gibt es auch immer wieder, dass Lehrpersonen ein persönliches Gespräch sollen, ja. Du hast ja dann Schweigepflicht, gell? Das ist wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwierig, zwischen Schweigen und Erlösung einleiten. Das sind immer wieder Gratwanderungen, dann natürlich zu schauen, wo, wo, seit man gewissene Sachen und wie sagt man gewissene Sachen, das hat ja dann auch fest mit Möglichkeiten, Ressourcen schöpfen zu tun, wer kann in welcher Form dann unterstützen helfen. Also ich finde nicht, dass man überall muss dann sagen, was genau ist, aber dort, wo es dann eben wichtig ist, muss man schon die richtigen Sachen anbringen und sagen, ja. Wenn es steht besetzt oder wenn es nicht offen ist oder wenn es geschlossen ist, dann kannst du auch nicht rund um die Uhr dort sein, dann stehen die Telefonnummern dort. Dort kann man telefonieren, gell? Dann läufst du irgendwann dann wahrscheinlich auch zurück, oder? Gibt es das auch noch oft, dass man dir telefoniert? Also wir probieren sehr zeitnah zurückzuläuten, weil man natürlich darauf ausgeht, dass wenn wir jemand aufs Handy anrufen, dass es dann schon sehr dringend ist. Ja, da gibt es immer wieder. Oder auch, dass man WhatsApp schreibt oder einen Termin per SMS ausmacht. Das hat sich auch sehr verändert. Früher ist es ja nur durch das, man kommt zur Tür und das hat sich schon in den letzten Jahren stark verändert. Also heute gibt es auch Leute, die mir ein SMS schreiben, ich hätte gerne einen Termin, kann ich kommen. 13 Jahre im BCP, aber du bist ja eine Koordinatorin, gell? Das ist jetzt noch ganz interessant. Das gibt es ja an allen Berufsschulen oder an den meisten Berufsschulen. Komischerweise an den Kantonschulen nicht, gell? Im Kanton St. Gallen an allen Berufsschulen, ja. Und das heisst jetzt Koordinatorin? Du bist ja das, oder? Ja, also Koordinatorin tut einfach die Fachschaft leitet. Ah, aha. Also die Fachschaft von all den Schulen ist es Sozialpädagoginnen und Pädagogen und in den Berufsschulen tätig sind? Aha. Und wir haben eine Fachschaft und wir treffen uns regelmässig, wo wir auch Weiterbildungen miteinander machen zu den aktuellen Themen, die sich halt ergehen und das koordinieren, da schauen, wer, was für Referenten, was für Weiterbildungen, ja. Und das ist ja gerade mal wichtig, Wenn man Schülerinnen und Schüler wechselt von einem Schulort zum anderen? Ja, das ist sehr wichtig, dass man auch untereinander schaut, wie kann man mit Datenschutzrichtlinien Fälle übergeben, wie kann man Sachen besprechen, das ist sehr wichtig, Auch, dass ein einigermassen einheitlicher Ablauf ist in den einzelnen Häusern. Und damit man weiss, was überhaupt läuft in den verschiedenen Schulen und in dieser Schule, gehst du auch immer in die Klasse, du stellst dich vor, oder? Gehst du mit verschiedenen Prächtikantinnen, je nachdem, wer gerade dort ist, gell? Genau. Im Moment haben wir eine Drogistin da, die eben Sozialpädagogik studiert und jetzt bin ich in die Prächtigung. Sozialarbeit. Ob, Sozialarbeit, das ist auch immer etwas anderes, genau, studieren. Und dann gehst du in die Klasse und bei den Elternabhängen stellst du auch vor, bei den Lehrerkonventen stellst du dich auch vor, also man weiss dann irgendwie, was du anbieten kannst, oder? Genau. Wie reagieren dann die Jugendlichen, weisst, wenn du in die Klasse kommst? Das ist sehr, da gehört einfach dazu. Ich komme ja während dem Unterricht und da kann man nicht gross, also man kann nicht aufstehen, einfach gehen, man ist dann einfach dort. Aber in der Regel ist es auch sehr, sehr ein Austausch und ein Dialog. Sie fragen manchmal auch Sachen, kann ich mit dem und dem, könnte jetzt mit dem und dem auch zu wien kommen, Frau Büchel, und ja, in der Regel wird das sehr gut aufgenommen. Es steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit dieser Präsentation, wie man den Dienst präsentiert. Und das machst du ja hervorragend, gell? Du hast auch immer wieder ein bisschen andere Sächerli, du musst den Abteilungsleiter unterstützen mit deinen Ideen, er stellt dir nicht mal Puzzle vor, die aus den anderen, Federn rauskönnen, so. Nein, wie es mich interessiert, der Fürst von Lichterstein hat doch mal wieder unten in New York den Lichterstein vorgestellt und über zwei, drei Wochen später sind 18 Tibetalner in Lichterstein gestanden, oder? Und jetzt habe ich gedacht, wenn du in die Klasse gehst, stehen dir auch gerade zufrieden ein paar Schüler dort? Es eröffnet schon, ja, natürlich. Aber es ist nicht so, dass die Leute ein Problem erfinden, sondern diejenigen meistens schon in Schwierigkeit und denken, okay, das könnte etwas sein, da könnte man jemanden helfen. Eltern können auch, gell? Ja, da nimmt es zu, dass Eltern wirklich sehr verzweifelt anrufen und brüllen am Telefon und wirklich auch am Ende sind mit dem Latein, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ja, es gibt viele verschiedene Fälle, die ich zum Teil auch kenne, die ich zum Teil mitbegleiten musste und ich war immer sehr froh, dass es den Dienst überhaupt so gibt. Man kann natürlich diese konkreten Fälle nicht wirklich so erwähnen, aber wichtig ist es natürlich wirklich, dass eben auch Eltern, Lehrkräfte, eben Schülerinnen, Schüler in der Berufschule sich melden können. Das braucht schon nicht einfach eben, das, wie ich am Anfang gesagt habe, dass es eine Pädagogik ist und es so läuft und es so muss sein und jetzt geht es fort, die Schwierigkeiten, die gibt es nicht. Das hat sich wirklich stark, stark verändert. Ich bin 65 und ich komme mir manchmal so vor, die heutige Jugend tut es mir einfach ein bisschen schwerer. Einfach, man macht mehr Angst, es ist mehr Druck und wenn du nicht gut bist, dann kriegst du die Chance darüber oder hast du Berufschancen weniger und so. Hast du das Gefühl, der Umgang mit der heutigen Jugend ist mit einem riesigen Druck verbunden? Oder du bist auch viel jünger als sie, aber ich erfahre es einfach so, aus meiner Sicht. Damals habe ich ehrlich gesagt, ein Ping-Pong-Tisch können sein, ein Schluck Bier trinken, wenn ich das leckere Ohl-Kass hätte, hätte ich nachher eine Woche später ohne Bewerbung eine Stelle bekommen. Das hat sich völlig verändert. Das ist schon so. Und der Druck ist natürlich Leistungsdruck einerseits, aber auch der Druck, wer bin ich und was will ich sein und was will ich einmal wollen, das hat sich schon stark verändert. Und so die Selbstoptimierung hat ja auch die Ausfallmöglichkeiten. Hey, was Selbstoptimierung, das ist Massloffs Oberstuben, da ist ein Stückchen drauf, gell? Selbstoptimierung, das habe ich noch nie gehört. Ja, das hat sich stark verändert. Man muss heute nicht nur erfolgreich im Beruf sein, man muss super aussehen, man muss ein gutes Netzwerk haben, viele Freunde, also in allem muss man so top sein. Und das ist ein wahnsinniger Druck für junge Menschen, weil man kommt ja nicht auf die Welt und hat gerade die oberste Massloff-Pyramide, sondern man geht so ein bisschen. Aber heute merke ich, sie sind im ersten Lehrjahr und sollten schon so super sein wie heute im dritten. Ja, genau. Fehlerfrei, ohne irgendwie. Und da denke ich mir manchmal schon, das hat sich massiv verändert. Und auch die Anforderungen. Du bist jetzt in einem kleinen Büro, wo langt denn das? Ich denke, es sind wirklich einen hohen Stellenwert und es sind ja wirklich viele, viele Schülerinnen und Schüler. Was denkst du so in Zukunft? Hat es so etwas ausgebaut? Das tut man dann mal räumlich Rechnung tragen oder ist das jetzt so in Ordnung? Das ist ja schwierig zu sagen, aber... Ja, also das Büro finde ich ist räumlich total in Ordnung. Nicht umso mehr Leute das es sind, umso grösser muss das Büro sein. Also weisst du, ich meine, wo man sich vielleicht mal unterhalten muss, reicht es prozentual. Ist es tatsächlich so, dass das reicht von den Prozent her, weil wir haben ja, wie du weisst, da kommen jetzt sehr viele Leute aus dem Asylbereich, die Sprachkurs und Integrationsfachkurs und, und, und belegen. Also da muss man sich vielleicht schon überlegen, ob es nicht sinnmacht, dass man stellenprozentmässig. Im Moment ist es so noch abgedeckt und es geht gut, aber... Es ist aber abgedeckt, weil die Runde du irgendwie erreichbar bist und immer irgendetwas möglich machst und dann jemand, wenn du unter Tisch weisst, der Teufel sich will noch abspielen am Abend, wenn es gerade möglich ist. Aber da muss man schon, das steckt keine Geissen weg. Es ist eindeutige Bedürfnisse und man muss sich wahrscheinlich wirklich überlegen, ob man so etwas nicht ausbaut. Im Moment zeignet sich das noch nicht ab, aber ja, überlegen kann man immer. Natürlich. Ihr gemerkt, Alexander, Diplomat, müssen wir sein, oder? Ist klar. Ja, Alexander, wir könnten noch lange über das reden. Vergessen einfach nicht, also diese Hilfe, die kann man wirklich in Anspruch nehmen. Wenn ihr ein Kind habt, ein Jugendlicher, der in der Berufsschule unterrichtet wird und gewisse Schwierigkeiten hat, dann kann man das wirklich in Anspruch nehmen, auch wenn es mit der Schule direkt nichts zu tun hat. Auch wenn man vielleicht einmal sonst hilflos ist und dann, vielleicht gibt es nicht gerade so für die Direkthilfe, aber es wird dann sicher etwas gemacht, etwas vermittelt, es gibt eine Beratung. Was wäre dein grösster Wunsch jetzt noch, Alexandra? Wir sind ganz am Anfang des Jahres, jetzt kann man einen Wünschen. Das habe ich mir schon überlegt, als ich das neue Jahr angefangen habe. Der grösste Wunsch wäre für mich, dass man eine gewisse Offenheit gegenüber unseren Jugendlichen, dass man auch Rechnung trägt, dass sie wirklich, wie du gesagt hast, in ganz vielen Situationen, unter widrigen Umständen, ein grosses leisten und dass man das auch ein bisschen würdigen dürfte und sie auch unterstützen und nicht immer fordern, sondern dass man dem, was sie leisten, den ganzen Tag wirklich auch entgegnet und sie wahrnimmt in dem und sie wertschätzt. Das finde ich, das wäre ein grosser Wunsch, wo ich glaube, das würde ganz viele Sachen schon um einiges leichter machen.